Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir sitzen schon wieder seit 10 Minuten hier, weil Alferstein erstmal den hier abgeben möchte. Dankeschön, alles klar. Leute, Alferstein, wir spielen wieder ein paar Duos und rasieren heute komplett durch. Was? Ja, bitte. Du willst Teams spielen? Ja, Teams, bitte. Okay, aus welchem Grund? Ich war ein Freund, der wäre bald Weihnachten. Alles klar, dann spielen wir. Ich muss Geschenke kriegen, ganz viele. Alles klar, dann mach dich mal bereit, dann spielen wir von mir als Teams auch. Es geht heute wieder darum, dass wir auf jeden Fall einen kompletten Kill-Rekord aufstellen, zumindest versuchen wir. Alferstein, wenn du mit den Leuten reden möchtest, dein Voice-Chat ist momentan gemütlich. Das war nur so nebenbei, aber das passt ja schon. Oh nein, Alter, ich muss dich stummeln. Oh mein Gott. Jeha, jeha, ich bin ein Cowboy. Oh, was ist das denn? Fette Beute. Da hinten ist große Beute. Sieht richtig gut aus. Was ist das denn? Kurze Regieinweisung. Das ist jetzt eine Saloentür, die ich aufmache. Oh, Entschuldigung. Die Kaugummi ist rausgefallen. Aber als Cowboy ist eine gesunde Rückenhaltung wichtig. Ich meine, ich sitze den ganzen Tag am Pferd und natürlich muss ich da auch irgendwo auf meinen Rücken achten. Deshalb kann ich euch nur diesen Stuhl empfehlen. Aber kann euer Stuhl das? Cremestor, kauft jetzt meinen Stuhl. Wir versuchen auf jeden Fall heute trotz dieser ganzen Geschichte, die Alferstein wieder in seinem Kopfball jetzt den Win abzuziehen. Alferstein möchte scheinbar Weihnachten nicht alleine spielen. Boah, Junge, Alter, was regst du mich schon wieder so auf? Mann, Junge, entspann dich doch mal bitte. Oh, warum braucht der dieser blöde Server so lange zu starten? Es geht doch. So, Stein. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach eine ganz... Ich glaube, er ist wirklich in irgendeiner Blase. Ja, ich glaube, da bist du wirklich drin. In irgendeiner Blase bist du drin. Genau das. Genau das. Junge, 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 Junge. Hallo. Ich bin bei Lensche. Ich bin hier bei Fertz aus. Ich bin bei Fertz aus. Alferstein. Wieso müssen wir Teams spielen? Wieso? Alferstein, ich glaube nicht, dass das funktioniert mit diesen beiden. Ich denke nicht, dass die gerät sind. Ist das schon wieder stressig, Mann. Wieso tue ich mir das an? Mein Gott, Alter, der Typ nervt mich über ein Boyz. Oh. Fuka Kuna, Fett. Wie geht's? Oh, nevermind. How are you, my friends? Hey, Ninja. Oh my God, Remy. Alferstein, das ist eine Aufnahme von Ninja. Das ist nicht der echte... Das ist Ninja. Das ist nicht Ninja. Können wir uns in YouTube-Videos wieder machen? Together, please. Alfer, das ist nicht Ninja. Alfer, es ist nicht Ninja. Papa, die Zuschauer, 1 Million, please. Alferstein, es ist nicht Ninja, bitte. Es ist nicht Ninja. Ich will mit dir spielen, Ninja. Alferstein, bitte. Können wir einfach... Ich bin down. Und die beiden werden mich fetischen. Ja, die Schüsse haben wohl nicht gereicht. Geben wir direkt wieder raus. Alferstein, komm, komm. Ich gehe direkt, ich gehe direkt. Drei Kids, you go easy. Warum bist du in Tilti? Wir sind in Solti gelandet. Och Mann, Alter. Okay, Nummer 1. Können wir bitte wieder Duo spielen? Nummer 2. Das ist gerade nicht Ninja gewesen. Damit wir uns darauf einigen, Alferstein. Das war nicht... Ich habe dich aufgenommen. Du hast mit Ninja nicht aufgenommen. Doch. Jetzt habe ich 1 Million. Mach dich einfach bereit, bitte. Oh Mann. Hallo, wie geht es dir, mein Freund? Mir geht es nicht so gut, weil... Ja, schön. Hallo? Ja, bitte. Alferstein, bitte. Alles klar. Alles klar. Stein, ich glaube, die haben gar kein Voice-Chat aktiviert. Also, die hören dich nicht. Und das ist auch eigentlich ganz angenehm, dass wir jetzt mit denen nicht so... Umsatz, Freunde. Umsatz, ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert. Man kann das natürlich so deuten, aber an der Stelle denke ich mal nicht, dass das jetzt so gut ausgeht. Stein, ganz kurze Frage. Wenn du Weihnachten alleine feierst, wieso suchst du dann nicht tatsächlich Leute auf... Also, außerhalb des Internets vielleicht, ne? Sucke, weißt du, wie schwer es ist? Also, nee, tatsächlich... Wie soll ich sie suchen? Sag mir wie. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, Dating-Apps oder sowas. Ja, Mami-Apps. Aha, guter Winx. Warum? Keine Ahnung. Es sind nur schöne Frauen. Ja, aber brauchst du nicht sowas. Ja, aber schweiz. Zucke! Nee, Baby! MAAAAAN! Halt dein Maul, komm wieder raus! Du bist du bei mir, du bist du! Komm raus! Mann, Jungen! Hör auf damit! Hör auf mit dieser Scheißmusik! Mein Gott! Gut Stein, wir gehen in Pleasant einfach raus und ignorieren jetzt den Rest. Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier unbedingt Teams spielen müssen. Nein, die möchten vielleicht nicht reden. Vielleicht ist es einfach auch ein Zeichen, dass wir gemeinsam jetzt hier eine schöne Runde Fortnite spielen. Und jetzt mal beide Mühe geben, anständig hier ein paar Kills zu holen. Okay? Und dann das Ding hier einfach schaukeln. Okay Stein? T.G. Lee! T.G. Lee, genau der. Nicht anders. T.G. Lee. Darf ich kurz nach... Ich bin nicht. Bist du verliebt? Nein, bin ich tatsächlich nicht. Aber mir geht es... Bist du verliebt? Nein, mir geht es sehr gut, ja. Wie? Du bist nicht mehr verliebt? In wen denn? Hallo? Ja, in mich? Ne, also in dich war ich tatsächlich noch nie verliebt. Ja, ja, du bist so verliebt. Ja, ja, du bist so verliebt. Ja, du bist so nicht. Du bist so... Bitte! Mach dir Hilfe oder was? Nein, kein Ding für den Krieg. Nein, ich hole dich! Stein, können wir uns jetzt einfach auf Fortnite konzentrieren und deinen seltsamen Trieb, Leute kennenzulernen, einfach ignorieren? Warum? Eins, zwei. Warum? He he, ich bin so ein netter Mensch. Oh, der ist ein Gegner. Hier bei uns im Haus ist jemand, Stein. Es ist so ein schöner Tag. Ja, 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 ja. Hier ist ein Gegner. So ein schöner Tag. Ja, 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 ja. Ich hab ihn. Ja! Oh, das macht zum Spaß. Eine Freundin schreit, warte. Stein, du hast keine Freundin. Mann, können wir jetzt bitte einfach dieses Scheiß-Spiel hier... Guck mal, Stein, wir haben eine ernsthafte Chance, diese Runde jetzt hier irgendwie gut abzuschließen. Weißt du, du hast schon zwei Kills, ne? Eins, zwei. Genau. Hier vorne bei der Tankstelle sind Gegner. Wir ignorieren jetzt einfach, dass du die ganze Zeit versuchst, hier irgendwelche Leute kennenzulernen, die sowieso nicht existieren. Die sind schon tot. Was sagst du? Die sind tot. Habe ich! Du hast... Nee! Können wir nicht Duos spielen? Ich hab Deo. Ob wir nicht Duos spielen können? Ich hab hier Deo-Flasche. Können wir nicht einfach Duos spielen, bitte? Und ein Feuerzeug. Hör auf damit. Nee! Hallo! Nice to meet you. Nice to. What's up, man? Hallo! Do you speak English? I'm French. Please talk to me. Hola, I want for Christmas! Stein! Okay, let's go tilted. Tilted. Okay, ich hab ein Geschenk. Okay. Ja! Nein, Stein, ich glaube, er meinte damit nicht. Stein, bitte. Stein, bitte. So, you're French? Kegelbalsch, 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 Kegelbalsch. Alter. Der arme Junge. Stein, lass ihn bitte in Ruhe. Please give me a present. Presentation. Du Missgeburt! Nein! Nein! Ja. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Helfen kann ich dir an der Stelle dann nicht. Geh da weg. Gib die Munition her. Nein! Woher? Weißt du, Stein, ich bin ehrlich, das funktioniert so nicht. Ich bin nicht in der Lage, ich ansatzweise zu konzentrieren, wenn du die ganze Zeit im Hintergrund rumschreibst. Ich bin heute ziemlich schlecht und auch ziemlich schlecht drauf. Meine Laune ist komplett ganz schön. Dank dir im Keller. Weißt du, ich verliere wegen dir den Spaß an Fortnite. Weißt du? Okay. Und das sollte mir wirklich zu denken geben. Okay. Und normalerweise habe ich eine Menge Spaß an diesem Game. Verstehst du? Wait a minute! Dieses Rotz-Game! Dieses Rotz-Game! Rotz-Game, Alter, wirklich! Aber mit dir zu spielen ist mit Abstand das Schlimmste und Stressigste, was man sich vorstellen kann. Weißt du? Okay. Und ich würde mir wünschen, dass du mich fortern am besten einfach nur in Ruhe lässt. Okay? Okay. Und wir vielleicht gar nicht mehr versuchen, überhaupt ansatzweise irgendetwas in diesem Spiel zu bewegen. Alles klar? Okay. Danke dir. Vielen Dank für diese wertvolle und schöne Unterhaltung mit dir. Wirklich. Okay. Muss man einfach mal sagen. Okay. Es tut einfach gut, jemanden zu haben, der so gut zuhört wie du. Okay. Es ist einfach nur schön. Okay. Lass dich vorne einfach auf die Gegner gehen, Stein. Okay. Ein paar Sekunden später. Erklär mir einfach, warum du bist, wie du bist. Okay. Was ist denn das? Mann! Dieses Game heute kotzt mich so an. Und du kotzt mich so an. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Wieso spiele ich überhaupt mit dir, Stein? Warum? Alles, was du machst, ist, mich nerven. Und du wolltest irgendwelche Leute. Junge! Oh. Oh. Hi. Should we go Salty Springs, maybe? Salty? No problem. Hallo, buddy, Süßen. Stein, komm. Lass uns doch einfach jetzt eine Runde hier. Oh, nein. Ich will für Chris. Was ist es? Es ist du. Ich bin so sorry. Ich bin so sorry. Really. Hallo. Für was? Für... Kann ich mit deinem Namen? Für diesen Mann. Oh, okay. Ich will deinen Namen, bitte. Ich will ihn. Nein, 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 nein. He's a nice guy. He's a nice guy, but he's kind of retarded. Oh, okay. Please. I need a friend. He actually wants to invite you for his Christmas party. Would you be interested in coming to his Christmas party? Extrude, Libby. Was? No, thanks. Do you need help over there? I come to help you. Oh, nice, man. Very nice. Can we be friends, please? Sure, sure. Okay. Do you want to hear a song? Let me do the room. Ja, Digga, er hat mir einen Headshot gegeben. Was soll ich machen? Zieh mich schnell hoch. Stein, bitte. Ich will... Stein, wirklich jetzt, komm. Please, give me your number. Your number, give me, please. You have been muted? No, I didn't. That's so nice of you, really. Actually, he's a really nice guy. But I don't understand. Yeah, we can hear it. But you know, he's a little special. Okay, Stein, schauen wir. Wir haben jetzt eine vernünftige Gruppe gefunden. Vielleicht, ne? Ja, was? Stein, ich möchte nur sagen, dass wir vielleicht die Möglichkeit hätten, hier wirklich eine Runde zu gewinnen, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du? Ja, die Weiß. Doch, weil die Leute hier sind nett und die, die sie, die freuen sich. Macy, Macy. Macy, I guess. Hallo, geh hier mit mir, Mann. Macy? Vielleicht möchte er gerade einfach nicht. Das kann ja auch sein, dass... Baby, 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 Baby. Oh, like, Baby. Please talk. Fuck you. IC Drop. Where? 300. Okay, 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 okay. Stein, komm mal nach vorne, ist ein Loot Drop. Sollen wir da nicht hingehen und vielleicht einfach jetzt mit unseren neuen Freunden das Ding hier holen. Wie gesagt, das wäre doch echt cool. Die ignorieren mich. Die ignorieren dich nicht. Die wollen dich nur... Warum machst du das, du Missgestalt? Hör doch auf damit. Hey, 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 ich habe gedannt, Baby. What you did? Ich habe gedannt. Hehehe. Ich habe nicht mit mir reden, Pach. I don't want to love. Your love is right where you brought somebody like me. Did you appreciate his singing? I'm in love with the shape of you. I'm really sorry. I'm really, really sorry. Don't worry, don't worry. I'm so sorry for him. I'm in love with your body. Ich habe ein Ding für dich. Oh, was hast du? Oh Mann, danke. Danke, danke, danke. Hör auf, wir haben jetzt hier neue Freunde gefunden. Lass dir in Ruhe, okay? Wir spielen gerade wie ein gutes Team zusammen, okay? Stein, kommst du vielleicht mit kurz? Ich komme! Stein, vielleicht wäre es wirklich hilfreich, wenn du aufhören würdest, mit diesem Ding zu fahren, weißt du? Also, nichts für uns geht, aber okay. Ich bin tot, ich bin sick of this, fake love, fake love. Where is he, where is he, where is he? Hier bei mir, dead. Down, down. It's down, down, yeah. Oh, f***, he lasert mich. Nice try. Okay. Stein, danke für deine absolut tolle Gesangseinlage. Danke für dieses tolle Video, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin kräftig, weil ich an der Serie startet. Okay. Leute, das war's von diesem Video, lasst einen Daumen nach oben da, sorry, wenn meine Facechen inzwischen drin ausgefallen ist, ich hatte einfach nicht den Nerv, das... Ich zeig's nicht. Ja, und du zeigst dein eigenes Gesicht nicht, super. Leute, das war's von diesem Video, macht einen Daumen nach oben, schaut bei Alpha-Stand vorbei. Das war eine ganz tolle Runde mit Ninja und eine Menge Liebesledern. Absolut geil, auf Wiedersehen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017